Konnichiwa, Kettis! Hier ist wieder eure Josie mit einer weiteren Reakt-Folge und zwar haben wir heute die Twitch Clips Germany und zwar die Folge 207 und das Ganze heißt Gedächtnistraining für Senioren. Ich zähle mich noch nicht zu den Seniorinnen, aber man kann ja schon mal gucken und sich im Vorfeld mal überlegen, was könnte man machen, damit man im Klopf fit bleibt. Da ist das natürlich gleich ganz gut gepasst. Nein, da tut das gleich natürlich ganz gut passend, so rum. Einleitung heute macht der Steini94. Wir gehen jetzt mal gleich rüber in den Live-Bereich und dann schauen wir uns zusammen an, was es heute mit der Folge aufsetzt. Und vor allen Dingen wichtig ist, wir müssen gucken, was wir für einen Vorspruch der Woche haben. Genau, nur damit ihr Bescheid wisst. Genau, jetzt geht's los. So, da sind wir schon und wir starten mal rein und schauen uns das zusammen an. Also im Moment, darf man gerade gucken, ob der Ton richtig ist. Der Ton ist richtig, da ist auch der Ton richtig. Das hat sich gereinigt. Ein schlichter Stein, der muss für mich sein. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen. Ich bin Steini94 und das ist Twitch Clips Germany. Papagei war. Und heute haben wir den Steini, der ein Stein wünscht sich. Ja, gut. Ähm, genau. Gucken wir mal. Wisst ihr, was mich interessieren würde? Mich würde interessieren, wie viele Leute wir heute sehen, die dort in, ähm, den Twitch Clips Germany, ähm, Diablo 4, ähm, drin haben. Obwohl, ich bin mir gar nicht so sicher, obwohl doch das, es kam am Dienstag raus. Es gab natürlich schon viele, viele, die es vorher gekauft haben, weil sie sich die teuren Versionen gekauft haben. Es müsste also einige drin sein. Gucken wir mal, wie viele. Zählen wir mal, mit Fleisch kriegen wir es hin. Jeder von uns hat zwei Leben. Äh, die Übersicht über unsere Leben hat Baloui, der hier als Moderator, ähm, kein... Ich hab was? Achso, Blaule, hab ich dir nicht gesagt, du musst übrigens die Leben aufschreiben. Achso, ja, also die Übersicht der Leben hab übrigens ich. Ja, das ist, sowas nennt man, ähm, perfekte Absprache im Stream. Ähm, der eine weiß nicht, was der andere tun sollte. Äh, unser Christen-Karl, der ist grad wach geworden. Ähm, und, ähm, ja, also das ist natürlich lustig. Man sollte sich natürlich vorher absprechen, wer was, wie, wo aufschreibt, beziehungsweise wer für was, wie, wo zuständig ist. Genau. Da haben wir wieder mal gemerkt, ähm, wenn du etwas machst, was Platz braucht, macht dir Platz. Es ist natürlich ganz schlecht, wenn du da stehst und machst ne Tanzchoreografie nach. Gerade bei den, äh, Anime, ähm, und J-Pop-Sachen ist das manchmal relativ, ähm, ähm, äh, platzreich. Ähm, äh, sollte man alles, was Hände, Füße, Köpfe oder sonst irgendwie gefährlich werden könnte, aus dem Weg räumen, damit man dann genügend Platz hat, um das Ganze dann auch entsprechend ausleben zu können. Genau. Sie hat das nicht geschafft, sie hat sich wehgetan und, ja, war natürlich dann schwierig, den Tanz weiterzumachen. Aber sie hat es noch gut hingekriegt, muss ich sagen. Warum hat die jetzt so komisch gelacht? Sie ist doch gestorben oder habe ich da irgendwas verpasst? Hm. Ja. Gut, aber es war Valorant, ja, gut, ist halt so. Und jetzt haben wir, ähm, Sea of Thieves, also, äh, See der Diebe oder, oder Piraten, kann man sagen. Also, es ist ja Piraten, mal gucken, was heute passiert, ob heute irgendjemand quer übers Meer geschossen wird, wieder, haben wir ja schon öfters gehabt. Aber was ist denn das Endgame, so in Sea of Thieves, dass es am höchsten rumfahren und Stress suchen, oder gibt es noch mehr Story-Quest-mäßig? Ähm. Sehr knapp, nur ich weiß. Ja, das war sehr knapp. Brains, das war wirklich sehr knapp. Äh, es war knapp. Oh, Schatz. Gute Nacht. Ich glaube, Kisten kann ich dir ins Bett. So, also, ähm, 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 also, äh, knapp würde ich jetzt nicht behaupten, dass es war, weil, äh, am Ende war das Schiff weg. Also, ich würde sagen, er klebt an der Wand. Ähm, und ob es bei Sea of Thieves mehr gibt, als zu suchen, äh, als nach Krawall zu suchen, ja, es soll wohl eine Story geben, hab ich mal gehört. Ich hab das Spiel noch nicht gespielt, deswegen kann ich dazu nicht viel sagen. Das wird sehr schön. Ich streame tatsächlich nämlich diese Woche, äh, den ganzen Tag. Äh, die ganzen Tag. Sie streamt den ganzen Tag diese Woche, das ist gut. Es wäre, ich glaube aber eher, sie wollte sagen, sie streamt die ganze Woche. Und, äh, also von Montag bis Sonntag. Wird natürlich auch ein bisschen stressig, wenn man so viel streamt. Ja, genau, genau. Also, so viel streamen würde ich jetzt nicht. Weil, das wäre mir dann doch zu viel. Ja, gucken wir mal. Notansicht oben links, Aktivitäten. Oh, mir ist jetzt schon warm. Das ist nicht gut. Äh, Kamera zu warm abkühlen lassen. Ja, das ist nicht gut. What the fuck? Ja, da hat die Kamera gesagt, nee, Kamera sagt, nein. Kamera sagt, mir ist zu warm. Ähm, deswegen ist es immer wichtig, wenn man sowas macht, möglichst in der, ähm, 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 im Bereich, wo man streamt, möglichst dafür zu sorgen, dass man, dass es kühl ist. Das ist übrigens der Grund, warum ich meistens morgens streame. Weil mittags wird es ja schweineheiß. Gerade im Sommer, also im Frühjahr, Herbst, Winter nicht so. Aber im Sommer wird es ziemlich warm. Und da könnte es mir auch passieren, dass mir die Kamera ausfällt. Ähm, deswegen, ähm, gucke ich da drauf, dass das nicht passiert. Wo mir das aber schon passiert ist, muss ich ganz ehrlich sagen, bei meinen, äh, als ich eine kurze Zeit die Actioncam hatte. Ich hatte ja die, ähm, 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 die Air One, heißt sie, glaube ich. Also, die war nicht schlecht, ähm, aber sie wurde halt sehr schnell warm und deswegen habe ich sie dann wieder abgegeben. Genau. Ein paar Storys gemacht. Hallo Jen, bin ich hier auf Disney Plus oder warum sehe ich eine Prinzessin? Der war gut. Der war, der war, der war, den merke ich mir. Das war ein schöner Spruch. Ja, das kann man so sagen. Ähm, ja. Ja. Aber es gibt nicht nur auf Disney Plus schöne Prinzessinnen. Nur so als Hinweis. Muss ja ungefähr rein. Du kannst Matteo nicht einfach in jede nackte Spalte schieben, Franzi. So funktioniert das Spiel nicht. Okay, warte, stopp. Du hast das gerade so gesagt. Das war deine Vorlage. Die Spalte in der Tier. Das hast du gerade gesagt. Sie hat jetzt nicht wirklich Spalte gesagt und nicht gemeint, dass man Matteo in jede Spalte reinschieben kann. Das ist wieder zweideutig. Aber wir wissen ja, wer zweideutig denkt, hat eindeutig mehr zu lachen. Aber Matteo. Irgendwie haben sie es alle mit ihm. Guck mal. Kennt ihr den Trick eigentlich? Ich bin ja heute dabei. Eure Chips füten und alles. Essen mit Iva. Guck mal. Wusstest du, dass man daran zieht? Oh! Also, erstens mal, nein, das wusste ich nicht. Ich dachte, die lässt man so. Zweitens mal, nachdem ich das jetzt gesehen habe, weiß ich, dass es besser ist, wenn man sie so lässt, wie sie sind. Und drittens, prüfe, bevor du etwas ausprobierst, ob es auch wirklich funktioniert. Jetzt ist natürlich der Vorführeffekt klar, dass immer dann etwas passiert, wenn man es am wenigsten braucht. Und deswegen, ja, ist halt so. Als Florida von einem kommenden Hurricane bedroht wurde. Die erste Idee war, überall Ventilatoren aufzustellen, die gegen den Hurricane blasen, damit er eventuell wieder umdreht und auf Afrika zu rast. Warte mal, ist das aber, war das, war das, das war nicht, das haben die nicht ernst gemeint, oder? War das ein Gag, oder meinten die das ernst? Die wollten mit Ventilatoren den Hurricane zurückpusten? Die hätten Föhn nehmen sollen, die Idioten. Äh, also, erstens mal, interessante Idee, mit Ventilatoren einen Föhn zurückzublasen. Wisst ihr aber, was mir jetzt gerade kommt? Das wäre eine interessante Frage für, ähm, 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 Scheibengleis, jetzt weiß ich wieder nicht mehr, wie er heißt. Ähm, ich müsste jetzt nachgucken. Äh, ja, genau, ich sag's euch noch, ich sag's euch noch. Ich mein, ich spiel's auf schwer, vielleicht ist das das, was es so schwer macht, wir können mal gucken. Da haben wir's. Ich wusste, dass das der Spruch der Woche wird, als sie ihn ausgesprochen hat. Irgendwie ist das momentan so, sechs, das sind bei mir. Ich spiele es auf schwer, vielleicht ist es das, was es so schwer macht. Ja, klar, wenn du's auf schwer spielst, kann's ja schlecht leicht sein. Das wäre ja nicht Sinn der Sache dahinter. Das ist genauso wie, äh, Moment mal, als bei Diablo 4. Da habt ihr den Hardcore-Modus. Und da gibt's wirklich Leute, die, die, die spielen, sterben und wo dann sich, hey, wieso kann ich meinen Charakter nicht wiederbeleben? Ganz einfach, Hardcore heißt, der Charakter ist nur einmal im Leben und fertig. Da musst du bei Null anfangen. Äh, ist so. So, lesen, bevor man einen, äh, einen Modus einstellt, damit man Bescheid weiß. Seid ihr bereit? Seid ihr bereit? Es geht los. Ich werde euch jetzt einen Begriff erklären und ihr müsst erraten, welcher das ist. Viel Spaß, viel Glück. Es geht um... Hä? Äh, was? Ja, derjenige war schnell. Oder konnte gut lesen. Wer zagt, ist dazu nicht? Aber auch, äh, obwohl, eins zagt, ist schon dazu. Äh, bessere Vorbereitung und das funktioniert. Es ist ein Buch, aber ich habe noch nicht gesehen, was für ein Buch es ist. Alter, ich nehme alles zurück, was ich gerade... Äh, ohne Sche... Alter, was seid ihr für Menschen? Vor allem, ich habe eineinhalb Wochen da drauf gewartet. Für ein Buch. Gedächtnistraining für Senioren. Ihr seid solche Wixer. Alter. Ja, jetzt wissen wir Arzt und zwar, wie der Streamtitel zustande kam. Und warum sie jetzt dieses Buch zugeschickt bekommen hat. Ich hätte zwei Ideen. Erstens mal Vorsorge. Zweitens mal, sie arbeitet in der Altenpflege. Glaube ich aber nicht, weil sie ist ja, glaube ich, Hardcore-Trieberin. Ich bin weiß, aber die kennt sich ja. Also auf jeden Fall. Ja, guck mal. Ist interessant. Interessant. Ha! Jetzt bin ich ja mal gespannt. Wenn das klappt, kacke ich mich in die Hose. Los nicht. Ha! Ich scheiß mich ein. Geil. Gut, dass es noch keine Geruchsstreams gibt. Wenn es das geben würde, würde es jetzt ein unangenehm riechen. Äh, wieso kann man sich, tut man sich wegen einem Spiel einkacken? Äh, Sachen gibt's, die muss man nicht erklärt haben und auch nicht unbedingt wissen. Aber weiter geht's. Wo bin ich? Ich bin nicht irgendwo, wo es gefährlich ist. Ah! Ja, du bist wo, wo es gefährlich ist. Weiß nicht. Ja, klapp. Ist irgendwo, wo, äh, ist es gefährlich. Also, ist doch ganz klar. Also, so ist das, Subal. Ähm, nur damit ihr Bescheid wisst. So, äh. Gleich wird jetzt wieder eine Frage kommen. Das weiß ich jetzt schon. Ich hab nämlich vergessen, meine, bei den Holi vorzubereiten. Da. Was? Ja. Das ist auch eine Zombie-Abwehr. Äh, wir hauen ihr einfach die Tür vor den Kopf. Auch nicht schlecht. Ja. Passiert. Aber das war ein sehr altes Spiel, so weit geschweißt. So. Let's go. Aha. Der Greenscreen wollte nicht. Der hat sich gedacht, hätte es mich vorher hochgezogen, hätte es funktioniert. So funktioniert es definitiv nicht. Genau. So. Jetzt wisst ihr Bescheid. Ja, dass ich halt sehr schnell umschalten kann. Ja, irgendwann sagt die Kamera, nein. Bei mir hat sie letzte Woche ja auch mal nein gesagt. Beziehungsweise diese Woche, am Donnerstag, hatte ich ja plötzlich einen Ausfall. Das lag aber nicht an mir, das lag an der Technik. Äh. Und, ähm, ja. Letzte Woche hatte ich halt den Ausfall mit meiner Tastatur. Hey. Ich muss sagen, langsam komme ich rein in das Einstellmenü der K100. Dass die funktioniert. So wie sie soll. Ähm. Ist gar nicht so einfach. Vor allen Dingen, weil ich gestern erst festgestellt habe, dass der Ring auch noch ein paar. Also ich habe da so ein Drehring oben dran. Der hat auch noch ein paar LEDs, die man einstellen kann. Aber jetzt ist ein Spiel, wo ich jetzt alles eingestellt habe. Hat aber auch ewig gedauert. Aber, ja, Technik. Man sollte ja wissen, wie man umgeht. Und wenn man ständig hin und her klickt, dann ist irgendwann klar, dass die Kamera sagt, nee, keine Lust mehr. Okay, geil. Dann wird die halbe Map einfach Offroad gefahren. Hilfe, ich bin in der falschen Richtung. Was soll ich machen? Umdrehen. Umdrehen. Ist eine logische Aussage, wenn du in der falschen Richtung fährst, dreh rum und fahr in die andere Richtung. Es ist natürlich blöd, wenn du weiter hinten in die Richtung fährst, wo du falsch fährst. Weil, äh, da kommst du überall an, nur nicht da, wo du hin willst. Und bei einem Rennen mit Mario, oder so, ist es natürlich schlecht, wenn du in die falsche Richtung fährst. Weil dann fährst du negativ rum, statt positiv rum. Okay. Ich puste jetzt. Okay. Okay, ihr müsst zählen. Macht den, also klippt. Ja? Okay. Okay. Warum mache ich das überhaupt? Mir ist scheißegal, wie lange ich ein Blatt Papier an den Kühlschrank blasen kann. Äh, nicht lange. Du hast viel zu schnell aufgegeben. So. Mein Mann frühstückt. Jetzt habe ich auch Hunger. Aber egal. Ich habe, ich frühstücke, nachdem ich gestreamt habe. So, weiter geht's. Das ist ja Körperverletzung. Im schlimmsten Fall, dann lieber eine Stunde lang Heidchen am Stück. Das habe ich jetzt nicht wirklich gesagt, oder? Okay. Ich habe es nicht gesagt. Aber das muss man nicht hören. Ah, meine Ohren. Tut das schon weh? So. Da. Hier. Es sieht so gut aus. Nee. Nee. Wenn es gut aussehen sollte, müsste der Schnabel hinter dem Ding sein. Nicht davor. So könnte der Arbeck Storch das Ding gar nicht tragen. Genau. Also. Mit an dem arbeiten wir nochmal. Mein Meisterplan ist, sobald KI die Welt übernimmt, müssen wir dafür sorgen, dass alle Internetanbieter auf der Welt bankrott gehen. Alle in Insolvenz. Weiß der Teufel was. Es darf nur noch einen einzigen Anbieter geben und das ist fucking nochmal Vodafone. Und wenn Vodafone das Internet für die Welt macht, dann ist die KI einfach so unfassbar nutzlos, dass wir alle safe sind. Was haben eigentlich alle Leute gegen Vodafone? Also. Ich bin jetzt schon ein paar Jahre bei Vodafone und habe eigentlich selten Probleme. Gut. Sonnastag hatte ich jetzt mal kurzzeitig Probleme, lag aber vielleicht daran, dass der Router etwas warm geworden ist. Aber ansonsten, also ich habe damit keine Probleme. Es gab mal eine Zeit, da hatte ich Probleme, da fiel mir alle jeden Tag das Internet kurzzeitig aus. Das lag an der fehlerhaften Frequenz. Aufgestockt für den gleichen Preis und schon funktionierte das Ganze. Und ja, genau. Also. Ich habe keine großen Probleme, muss ich ganz ehrlich sagen. Nebel, ich mag kein Nebel. Was ist denn dein Nebel? Sag mal, wo ist der Typ hin? Wer denn? Oh Mann! Haha. Das kommt davon, wenn man Horrorspiele spielt und das Ganze nicht versteht. Ja, und in Horrorspiele ist Nebel nun mal ein durchaus legitimes Objekt, was öfters eingesetzt wird. Genau, wie Geister und Erschreckungsmomente. Was passiert? Könnt ihr das nochmal reinstecken? Ich habe nämlich schon wieder vergessen, wie es sich anf... Was? Wie? Wie? Ja, sie haben bereit. Ja, das war wieder ein typischer Fall von zweideutig denken, eindeutig mehr zu lachen haben. Sie weiß nicht mehr, wie es sich anfühlt. Deswegen soll ich es nochmal reinschlecken. Ich habe gerade direkt auf Discord geguckt. Der Bot geht wieder. Das bedeutet, Schleimi ist entlassen. Also Schleimi darf weiterhin Mod sein. Aber Schleimi muss kein Bot sein. Schleimi ist Bot, nicht Bot. Ist auch ein guter Werbespruch. Für den Discord wohlgemerkt. Ja, genau. Und wie gesagt, bei mir funktioniert heute auch wieder nicht alles so, wie es soll. Zumindest die Kategorie kann ich immer noch nicht einstellen. Weiter geht's. Das war liebevolles Doppel, ähm, Doppel, 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 Dreifach, nein, wie auch immer. Ähm, doppelt gemoppelt hält besser. Äh, 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 hält und, äh, Gegner gleichzeichen links. Und hier haben wir ein Herzchen von unserem Kistenkater. Ähm, ja, es heißt, er ist doch nicht ins Bett gegangen. Haha, nein. Normalweise legt er sich morgens manchmal nochmal hin. Aber, ja, guckt jetzt wohl zu. Also, guten Morgen. Kistenkater. Er läuft nicht gegen das Auto. Es gibt nicht einen Kater. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Nein, Tater. Was ist das? Okay. Er eskortiert, er eskortiert doch jetzt nicht, klar, klar. Also nochmal, er eskortiert doch jetzt nicht wirklich die Kuh. Okay. Bei dem der im Kahn ja nicht mehr. Okay, ich kann ja auch leiser sein. Dann gibt's eben kein Geld. Ich mach den Stream aus, wie wär's damit? Genau. Ich mach jetzt den Stream aus, es ist voll Schluss. Ich hab keine Lust mehr. Ich bin richtig unangenehm. Gestern hast du wieder gemerkt, wie unangenehm ich bin, wenn ich vom Sprechen nicht rede. Also, erstmal gehen wir auf den Spruch von Kistenkater ein. Vielleicht war er in Indien und da sind Kuh heilig. Ja, nein. Also, ich glaub nicht, dass er in Indien war. Das war, glaub ich, eher eine amerikanische Stadt. Zweitens. Dein Spruch der Woche, den hast du schon verpasst. Ähm, äh, der Spruch der Woche lautet ungefähr so, ich spiele es auf schwer. Vielleicht ist das der Grund, warum es so schwer ist. Ja, war schon. Also, den hast du verpasst. Ähm, und sie spricht, bevor sie spricht. Auch nicht schlecht. Weil sie ist unangenehm, wenn sie, wenn sie spricht, bevor sie spricht. Ja, okay, lassen wir das. Es ist mir einfach zu hoch heute. Mach die Tür auf! Nein! 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 Ich hab doch schon angesetzt! ja es war aber zu lang früher trinken gehen viel früher trinken gehen kann man immer wieder sagen da rennt eine katze nein da rennt sie wieder weg weiß nicht wo sehen wir gut ist so ärgerlich muss schlimm sein mein nachbar zu sein ganz furchtbar keine sorge den krein geht es gut ich habe extra aufgepasst sie ist so bleibt verrückt und das wird immer so bleiben glaube ich irgendwie wenn sie so sein ich kann es nicht glauben dass sie das getan hat ja in einem wildbach oder einem wildfluss zu schwimmen ist nicht ganz ungefährlich und ich glaube das war das regt wie im was da gespielt wurde also nicht nicht das war nicht das regt werden soll das regt wie im für sie war das so auf wiedersehen wir sehen uns nie wieder sei beim live stream dabei jeden samstag und sonntag um 21 uhr okay ja mein live stream wusste ich gar nicht ich kann nicht gehen ja wieder das typische beispiel wir spielen ein horrorspiel und wir denken dass wir uns nicht erschrecken und wir erschrecken uns doch genau so einfach ist das genau okay mein christ guck mal kurz weg bitte guck mal kurz weg was ist da gerade passiert du hast die kuh mit einem ball wieder in ihren in ihren käfig in ihren stall befördert das ist da passiert sei doch froh oder wolltest du die kuh töten dann wäre das natürlich blöde also ich habe bisher noch nicht raus wieso das horrorschönere erschreckend sein soll ja manche suchen da noch nach das stimmt andere haben es schon gefunden was allerdings eher daran liegt dass sie schreckhaft sind du bist halt nicht so schreckhaft lieber kisten kater einfach das vampire tatsächlich ja was ist wer ist das denn do you see him do you see this ah das ist mein schatten also ist das schon wissen wir schon mal eins wir wissen eins also erstens mal wir wissen mehrere dinge erstens mal wissen wir dass sie nicht besonders aufmerksam ist beim spiel zweitens mal wissen wir dass ihr charakter kein vampir ist woran wissen wir es vampire haben kein schatten vampire haben auch kein spiegelbild deswegen ist das schwierig wenn man sich als vampir schminken will weil man sieht ja nicht wo man was macht deswegen sind vampire immer so komisch aus wenn sie sich geschminkt haben jetzt wisst ihr es ihr habt das zuerst gehört oder als zweites drittes viertes fünftes hundertes tausendes die tausendes mal war das weg das hat die ästhetik ja es ist nicht egal muss man den salat noch waschen ja klar ja gut muss drinnen machen logisch wir sind da wollen wir jetzt dass ich was dazu sage oder soll ich lieber den mund halten ich halte den mund aber wer hat sie vielleicht go hohe stimme sehr melodisch könntest du mit auftreten Oh Scheiße Ja, solange er jetzt denjenigen getroffen hat, den er treffen wollte War das Ganze natürlich in Ordnung Ist das Ganze natürlich an jemand anders gewesen Dann ist es problematisch Ja Hoffen wir mal, dass es erst das war Horror Game Das ist ein Beispiel, dass man Horror Games nicht frei ab 18 machen sollte Sondern frei ab Erschreckungsgrenze 10 Also es sollte jeder, der Horror Game kaufen will Sollte vorher geprüft werden, ob er Horror Games vertragen kann Die beiden auf jeden Fall definitiv nicht Ja Wer ist ja Eule Ne, das Aufs Klo springen habe ich auch schon versucht Aber da donnere ich ja direkt gegen die Schüssel Ja, versuch's mal Die springe ich denn Hinten mit dem Mit X Vorführeffekt Klar muss man an der richtigen Stelle abspringen Damit man richtig greifen kann Wenn man unter der Schüssel steht und hoch springt Ist klar, dass man ja nicht hochkommt Sollte eigentlich verständlich sein Wenn ich unter der Schüssel liege und will meinen Kopf heben, geht das auch nicht Wenn ich das hier aufmache Dann ist die Tür offen Oh Ah, nein, nein Ja, das war's wohl für den Charakter Oder er hat einen guten Raumanzug Der ihn da am Leben hält Aber das Raumschiff ist weg Kinder, lernt doch mal ordentlich Bevor ihr Spiele spielt Was ihr nicht machen solltet Ja, das ist Suggestion Schau mal nach oben Hä Okay Fällt mir auf Die Tapete an der Decke löst sich auch bei mir So, langsam Okay, okay Ganz langsam Ja, ja Ganz langsam Ganz langsam Ja, ja Ja Weckschnapp Nein, nein, ich stopp Weiter, weiter, weiter Ah, es wurde noch Okay Oh, nein, oh, nein, oh, nein 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 Adam Adam Das habe ich jetzt nicht gebraucht Aber du hast es provoziert Das ist das Problem Hättest du sie machen lassen Und deine Finger weggelassen Wäre das nicht passiert Ganz ehrlich Ohne gehässig sein zu wollen Hoffe ich, dass das Handy Zumindest einen kleinen Haubeck hat Hier geht es um das Kreuz um den Hals Natürlich, Pironia Welch schöne, rosige Lippen sie hat Darauf habt ihr sicher schon geachtet Und das wunderschöne Kreuz um den Hals Was sonst? Nein Einfach nur Nein Autsch Merke, wenn du Handwerkst Stelle dich nicht in die Drehrichtung Des Schraubbers Das könnte Ernsthafte Folgen für den Kopf nach sich ziehen Okay Hindernisse Du machst es mir jetzt schwerer Weil es lenkt ab Darauf hätte ich auch mal wieder Lust Oh Was? Oh mein Gott Was? 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 Also darauf hätte ich auch mal wieder Lust Schatz Wie sieht es bei dir aus? Ich meine doch so eine Runde Mini Golf Können wir auch mal wieder machen Ich habe da einen guten Tipp bekommen Und der soll auch gar nicht so teuer sein Könnten wir mal machen Ja Genau Ich sage dir nachher Wenn wir unterwegs sind Wo? Das ist Zileicht ist ein Virtuose mit Wörtern Suki Was denkst du bei folgendem Satz Mit Katze und Suki im Bett Mal gucken Ob ich mit dem Stream schlafen kann Dann kann ich nur sagen Aada Okay Also zu dem Spruch Sage ich jetzt nichts Aber ich sage Eins Für die Die es noch nicht mitbekommen haben Weil sie später eingeschaltet haben Ich habe gesagt Wir gucken mal Da diese Folge Ja nach dem Start Von Diablo 4 Geschnitten worden ist Gucken wir mal Wie viel Diablo 4 drin ist Das war der erste Und das Stream ist schon fast am Ende Also Die Folge Also so viel Könnte da noch nicht drin gewesen sein Wieso kann die mich nicht erschießen Gewünscht und gemacht Aber Ganz ehrlich Du hast ein ganzes Magazin Auf sie leer geschossen Hast sie nicht einmal getroffen Glaubst du wirklich Dass Valorant für dich Das richtige Spiel ist Ich meine nur Also ich lasse es mal Ich würde wahrscheinlich Genauso Äh Auf das Pfand ist kein Glas Das wird dann abgeholt Wenn es fertig ist Auf das Pfand ist kein Glas Es wird abgeholt Wenn es fertig ist Hä Wollte sie damit sagen Auf das Glas ist kein Pfand Es wird abgeholt Wenn es leer ist Dann wäre es richtig Ja Ist halt so Nicht der Mama sagen Nicht der Mama sagen Puppe Puppe Warte ich war noch gar nicht oben Ich nehme das Babywann mit Du bleibst mal da So warte Ich komme gleich Wieder Was ist denn das Für ein trauriges Zimmer Oh 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 Gott Das Kind hat jetzt Sich wirklich Angefangen zu lachen Oh mein Gott Wenn unfähige Eltern Diesen Stream gesehen haben Die armen Kinder Ich mache keinen kill Aus dieser Situation Ja So kann es gehen Sei aber froh Dass du nicht deine eigene Leute abgeschossen hast Oh man 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 Manchmal 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 Ist das einfach so Ja ich weiß Kisten kann er Das Kind hat angefangen Zu lachen Ich fand das auch lustig Luigi Luigi Was machst du da Oh mein Gott Luigi Verstehe ich nicht Habe ich nicht verstanden Gebe ich ganz ehrlich zu Weiter Oh oh Jawohl Nein Nein Jawohl 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 Hey das war War ein cooler Glückstreffer Aber seit wann Können Toaster Fußball spielen Ich weiß Dass auch unfähige Menschen Fußball spielen können Sieht man jede Woche In der Bundesliga Viel zu hoch bezahlt Idioten Die einen Ball Durch die Gegend treten Und denken Sie können toll Fußball spielen Aber Toaster Hey das wäre doch mal was Eine Toaster Liga Für Saps Warum wirfst du deinen Controller Warum wirft sie Ihren Controller weg Also letzte Woche Hatten wir jemanden Der seine Maus Geschrottet hat Heute wirft jemand Seinen Controller weg Was machen wir nächste Woche Nächste Woche Fliegen die Monitore Oder was Pause oder was Ne man halt Möchtest jemand Auf einem Liegefahrrad mitfahren Ja ich würde gerne Was ist denn bei dir Paul Sonst auf einem unsichtbaren Motorrad Paul wollte ich gerade sagen Paul hat ein unsichtbaren Motorrad Das ist ja immer ein toller Bug Lustig Vor allen Dingen Aber Motorrad Warum musst du beim Motorrad strampeln Vor allen Dingen mit Händen und Füßen Also beim Fahrradfahren Strampel ich mit den Füßen Beim Motorrad würde ich sie ruhig halten Und die Hände am Lenker Ich meine nur so Wäre vielleicht gesünder Eins, zwei, drei, vier Okay drei Nicht drei Aber vier Drei waren es Drei Ja was hast du jetzt tun Gut getroffen Perfekt getroffen Da war mit Sicherheit ein Steam Stream Deck im Einsatz Ich muss meins auch mal wieder einrichten Damit das endlich mal wieder funktioniert Mal gucken Vielleicht für nächste Woche Was jemand Hanuta will Also ich will Ich will so ein Stück Mango Ich will jemand Schick Aber es ist Joghurt Ich kann fangen Ja ist egal Ich kann fangen Ich kann fangen Ja sie kann fangen Sehr gut Sie hat mit ihrem Gesicht gefangen Genau Genau Aber ganz ehrlich Ich habe jetzt so viel gar nicht verstanden Weil da alle querbeet durcheinander geredet haben Also der Tontechnik in den Wünsch entlassen Ich fange gerne mit der Tür ins Haus Frank 36 Sekundeneinsatzleiter Sekundeneinsatzleiter? Was ist denn Sekundeneinsatzleiter? Nein Es ist egal Es ist krass Oh mein Gott Lass lieber die Papageien deines Streams machen Die können das besser Definitiv Ja und wir haben Werbung Dann warten wir Okay Weiter geht's Habt ihr gerade ganz kurz mein IQ gesehen? Minus 20 Sie denkt Die Batterie ist leer Und hat nicht geguckt Dass der Stecker Hey Das mit dem Stecker Muss sowas sein Also ich habe auf der Arbeit Auch öfters mal Eine unserer beiden Leiterinnen Die vergisst die Stecker richtig reinzustecken Von ihrem Laptop Dann funktioniert der nicht Dann kommt sie immer Mein Laptop funktioniert Ich kannst du mal bitte gucken Komm Das ist immer lustig Ich mache das ja gerne Also ich finde das toll Was ich gefragt werde Wobei Manchmal ist es einfach zu viel auf einmal Genau Der Kater hat sich gedacht Genug gesungen heute Für heute Wir machen Feierabend Also passt auf Wenn ihr eine Katze habt Damit sie nicht drauf springt Oder ein Kater Auf die Tastatur Und euch den Stream kaputt macht Unsere Katze ist gerade nicht da Kontrollraum Das wird ja wahrscheinlich Auch relativ groß drüber stehen Ja Passt Passt Perfekt Stand groß drüber Genau So kann es gehen Aha Ich habe gar nichts gemacht Gar nichts Das sagen sie immer alle Nein scheiß Ernst Augen auf beim Landen Äh in alle Richtungen gucken Dass nicht irgendwo was von hinten kommt Was größer ist als das was du erträgst Genau So kann es gehen Tell da eben Ähm Ich wünsche euch Keinen Bock auf Pickel mit Esser und Co Seborra von Dermasens Ich wünsche euch keine Pickel Fürs nächste Jahr Präsentiert von KFC Moment Die Pickelcreme wird Präsentiert von KFC Schatz Wir gehen nicht mehr zu KFC Wer weiß was die da für komisches Zeug In ihre Sachen reinschmieren Äh Vielen vielen Dank an alle Ja an alle An euch alle die dabei waren Waren ja alle hier dabei Die dabei waren Also waren ja wirklich alle dabei Das wäre auch ein schöner Spruch gewesen Herzlich Dank an alle die dabei waren An alle die dabei waren Waren dabei Alle die dabei waren Genau Ja Ist so Wer jetzt nicht dabei ist Ist das nicht dabei War da auch ne wahre Aussage Ist das jetzt hier heute Der stream der wahre Aussage Oder was Ja Ne ohne scheiß Scheiße Zieh durch Herzlichen Glückwunsch Ja Volltreffer Kann man machen Muss man aber nicht Äh Das üben wir doch mal Allerdings Wüsste ich gerne eins Seit wann gab es Im Mittelalter schon Dosen Äh Äh Ich meine außer die Dosen Die Ritter auf dem Kopf haben Und die sich hellen landen Aber äh Ja Getränke Dosen Was ganz Neues Übrigens Und man bedankt sich Nicht auch noch dafür Dass man die gesehen hat Oder wie auch immer Jawohl ja Meine Freunde bringen mich Die treiben mich in den Wahnsinn Thunfisch Es Das Ist ein Mischpult Das DJ Pult Ist ein heiliger Ort Da legt man nicht einfach Einen Thunfisch drauf Aber da sind doch Zwei Teller drauf Ich kann nichts mehr machen Ich kann nichts mehr machen Es ist Ja Äh Erstens Wer solche Freunde hat Braucht keine Feine mehr Zweitens Äh Du wirst in den Wahnsinn getrieben Von deinen Freunden Änderst du dich ja noch viel Ich meine Du bist doch sowieso schon wahnsinnig Und drittens Ähm Erklär den Leuten nochmal Wie man den Mischpult Benutzt Und dass die Teller Dafür nicht gedacht sind Dass man einen Thunfisch drauf legt Wenn hier jemand bei mir Auf meine Äh Der Tastatur Einen Thunfisch drauf legt Würde Der wäre Ganz schnell Nicht mehr da Jawohl ja Mann Junge Jedes Mal Sag ich das falsch Mann Junge Es gibt doch dieses Sprichwort Wenn man sagen will Es ist leicht Dann heißt es doch irgendwie Kinderschlecken Kind Ist ein richtiges Kinderschlecken Honigschlecken Nicht Kinderschlecken Kinderschlecken bei nicht Das ist unangebracht Das ist ein Honigschlecken Sagt man da Glaube ich Äh ja Aber ich bin trotzdem Etwas verwirrt Aber egal So also jetzt Pass auf Ihhh Boah Alter Da ist eine Spinne drin Mann Boah da war eine Spinne drin Ist das eklig Äh Ist ein alter Hut Ein alter Sprechender Hut Ist doch gar klar Dass da Spinnen drin rum Wird Weißt du wie lange Der da schon Schon im Schloss rumliegt Ich hab euch einen Baum mitgebracht Abonniert Twitch Clips Germany Das ist natürlich auch eine tolle Bitte Ich hab euch einen Baum mitgebracht 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 Also Twitch Clips Germany Abonnieren Passt gut Liken ist auch gut Ähm Und ich würde mich darüber auch freuen Wenn ihr das hier bei mir macht Äh Da unten Ich zeig's euch mal wo es ist Also wenn ihr hier klein macht Ähm Also den Bildschirm klein macht Dann habt ihr hier den Abonnierbutton Und hier habt ihr den Likebutton Da klicken wir jetzt mal drauf Genau Und ja Bei mir ist das an derselben Stelle Und wenn ihr nichts mehr von mir verpassen wollt Dann habt ihr hier so eine kleine Glocke Wenn ihr die aktiviert Dann kriegt ihr eine Nachricht Dass was Neues hochgeladen worden ist Auf Youtube Und ihr könnt mitgucken Solltet ihr mal folgen wollen Hier auf Twitch Unten in der Videobeschreibung Ist das Ganze verlinkt Da könnt ihr draufklicken Auf den Twitch Button Und dann kommt ihr hierher Und könnt gucken Ob ich da bin Oder ob ich halt Äh Beseitig auch nachsehen Wann ich das nächste Mal streame So Ähm Die Frage noch von unserem Kistenkater Ja die Katze hat Futter Und zweitens Was wisst ihr was der Kistenkater gemacht hat Er hat mir keinen Thunfisch Auf die Tastatur gelegt Er hat mir eine Heringsdose Auf Äh Meine Handbeinablage gelegt Ich muss mir noch überlegen Ob ich ihn nachher noch Äh Noch nehmen lasse Oder auch nicht Das werdet ihr dann bei Gelegenheit erfahren Ähm Ähm Wenn ihr das Originalvideo sehen wollt Ist auch unten in der Videobeschreibung verlinkt Habt ihr Ideen Anregungen Kritik Vorschläge Was man verbessern Oder äh Reaktion könnte Oder sonst irgendwas Was ihr loswerden wollt Äh Unten Kommentarfunktion Einfach anklicken Reinschreiben Und ich Werde euch darauf antworten Ja Jetzt habe ich viel gesagt Und wenig ausgedrückt Oder so ähnlich Und ähm Würde sagen Das war's für heute Ich bedanke mich fürs Zuschauen Und wünsche euch Einen schönen Tag Bis dahin Und bis zum nächsten Mal Tschüss Eure Josi Eure Josi Eure Josi Eure Josi Eure Josi